so wer macht die begrüßung kann man gar nicht festgelegt jetzt ist egal ich war letztens aber ich hab letztens auf zu hauen so was auch immer nach und zurück bei minecraft taget wo die alle abhauen hier die ganzen jetzt lass doch endlich mal das schwein in ruhe hier du willst geschlagen na ja sag ich doch hier ist hausmann und svenny aber schon geraten ja das heißt schäler ich will euch mal ich will euch was geben wir fangen heute an mit der brücke zu bauen abhängig zu sagen ähm ne ja ich will euch trotzdem was geben wenn du es haben willst ich will euch trotzdem was geben das wirst du gleich sehen ein geschenk ein geschenk auf gute freundschaft ne wo seid ihr jetzt ich war ganz seit neben dir du bist neben mir wo bist du ich war grad neben dir wo bist du denn hier komm her hier komm her kriegst du was ah das pocket das ist ein fächer da kannst du jetzt in luft zu fächeln ich kann doch einen scharf schlagen damit cool komm her nein lass das mal punko wo bist du ja wo ist unten in seinem loch wie ist denn der runtergekommen hier durchs lach gefallen und weiter ach du scheiße hier kriegst du was hinter dir gib her gib her ach ne wasser ich seh nix so ähm was ihr heute macht wisst aber oder ja gut was denn das weg damit ich gehe ich gehe erstmal ganz kurz ich gehe mal in die sag schon ich gehe erstmal ernten hier alles ich muss erstmal hier weit damit wir fressen haben ähm punkt 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 kommst du mal kurz hoch so jetzt müsste ich das lassen ähm ins gewächshaus wenn es geht ähm du wirst du weißt ja wo das gewächshaus ist oder dann komme mal bitte ist da komme der kommt trotzdem ins gewächshaus ich brauche ich brauche dich mal beziehungsweise ähm du siehst doch hier diese holzblöcke da nur noch noch siehst du doch oder noch ähm du hast doch du hast doch eine säge oder ja ja genau weil könntest du mir da könntest du mir da viertel machen ich habe das ich habe das noch nie gemacht das ist eine gute idee ist die noch gut die säge ja genau apropsystem ähh Könntest du da, könntest du da mal ganz kurz ins Lager hintergehen und 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, äh, 20 solche Hölzer mitbringen, wie du gesehen hast. Ja, aber diese Vollhölzer, 20 Stück. Ne, warte mal, brauchst du gar nicht, Zähne reichen, glaube ich. Ach, bringt gerade 27 mit, ich kann sie ja wieder zurückschaffen dann. Weil da kann ich, da probiere ich das mal hinten noch mit dem Sägen. Irgendwas hat jetzt gerade gekunzt, kann das sein? Ja, ja. Achso. Warte. Moment. Jo? Firma dankt. Errungenschaft erzielt, dreimal auf Holz gekloppt. Wie mache ich denn das jetzt mit dem Tisch? Jeder fängt mal neu an, ja? Ich habe es schon gesehen, ich habe es schon, ich habe es schon. Hä? Jetzt schon? Zwei. Was habe ich gesagt, 20 nur? Zehn habe ich gesagt nur. Gut, ich komme ja schon. Warte, ich komme hoch. Gott, ich muss ja schon mal fressen. Der macht sein schwulen Piraten-Image alle Ehre. Komm ins Bett. Komm ins Bett. Ah. Na, was habe ich in der Hand? Frag doch uns, wenn, wenn er vorbeikommt. Vielleicht sagt das der. Das ist eine giftige Kartoffel. Kannst du auch essen? Hä? Was hat er denn noch gegessen? Na klar. Ja, dann halt er wieder rum. Ich heule nicht. Du musst kein giftige Zeug essen und wir kriegen die Steaks. Na? Na? Ist ja immer so bei euch. Ich als der einzige hart arbeitende Bürger hier kriege nur das Schlechte. Hartarbeitender Bürger. Was? Nicht. Willst du mich? Nicht glücklich. Ja, in Kisten suchen, bitte. Wollte ich gerade sagen. Oh, hier gibt es wieder Gold oder sowas. Cool. Wo bist denn du? In der Bude, wo das Schaltsystem reinkäme. Okay. Ich sage einfach mal okay. 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 Ach, was soll denn das? Jetzt ist es sortiert. Irgendwas grunzt hier. Schwein. Nee, 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 nee. Das grunzen ist es, nee. Ich verstehe nie, warum das auf der umgeackerten Gelumpe Gras entsteht. Normalerweise darf das gar nicht passieren. Ja, weiss. Normalerweise darf das nie passieren. Ach, Wasser rein. Wo rein? Ach. Hab ich so weit hochgekramen? Ehe. Sauerei hier. Lock zu. Minenarbeiterleben, gefährlich. Wie kommst du denn da rauf? Hack hier ein bisschen Sand und Dreck ab hier. Wasser auf einmal kommt, Wasser überall runter. Passiert. Lämpf bedrohlich. Nee. Ach, ich sag dir mal, ich sag's mal so, einmal passiert, einmal geht das schon. Ach nee, schon wieder eine schlechte Ahnung hier. So sollte das eigentlich nie sein. Haben wir die Säge noch? Ja, hier. So sollte das eigentlich nicht sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Okay. Das Loch muss zu sein. Ja, sowas wollte ich haben. Okay. Sowas wollte ich haben. Holle. Yeah. Und kleine Fuhrer Wasserbestände sind da. Ey, ich lass mal lieber zu dir. Oh. Wie komm ich denn da hin? So. Fangen wir an. Mit was? Ja. Wetter ist das noch mal. So viel Zeug. Kaputt gegangen? Nee. Riecht bei der Junge. Ach, meckert nie rum. Schnauze. Wie komme ich denn dort hoch? Nee, nee. Ja, ich merke es schon. Schöner. Ich merke es schon. Nein, geht nicht. Ich hoffe dann nur, dass es dann noch dranpasst. Hm. Was ist denn, Venni? Was? Toll. Was? Jetzt passt, jetzt passt dort keine Fackel mehr dran. Äh. Jetzt passt dort echt keine Fackel mehr dran. Also müssen wir Klosteine, Klosteine suchen. Ja. Ja, ja, ja. Also, ja, ja. Also müssen wir Klosteine suchen. Irgendwann. Klosteine. Klosteine. Schöne. Ja? Bring mal her. Du sollst Klosteine uns herbringen. Schuldigung bei der Junge. Bring Klosteine uns her. Du hast gesagt, du hast welche. Also. So, ist alles wieder, ey cool. Die sind ja fertig. Kartoffel fertig. Fertig. Oder? Waren die fertig? Hm. Der Platz reicht ja. So. Ich gehe da nicht. Ich gehe da den Berg abtragen. Ah. Ähm. Ähm. Ähm.